Ich habe eine Eisgrüße bekommen. 1285 Kritschaden. Also. Jetzt habe ich so eine Eisgrüße bekommen. Ich habe sogar zwei Eisgrüßen gekriegt. Also ein Pinguin. Okay. 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 Nice. Ich bräuchte noch 4 im Metall, um den Koch herzustellen. Wir haben keinen Erz mehr. Wir müssen mal wieder sammeln. Ich glaube, mein Spiel hat sich gerade aufgenommen. Oh. Wie bitte? Sein Spiel hat sich gerade aufgenommen. Bis weit. Bis weit sind die Saat zu oben. Vielen Dank. die 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 flotte katze hat magengeschwür hat eindeutig viel brot gegessen sag ich dir was ist das denn was ist das denn das ist einfach napoleon als pinguin welche katze wo hast du die her oder die gibt es nachts in dungeons ja er bräuchte zu nicht sagen da haben wir eine gesunde katze zurück das ist halt eben eine katze im hexenkostüm ja das ist voll cool ich wusste dass du es magst ja komm ich bin leicht zu unterschauen sagen wir es mal so ich hab den illegalen händler gefunden der hatte sie es hat mich 10.000 einheiten gehostet boah ok sie ist aber gut sie ist einfach nur gut weil die hat auch noch den wert wild glaube ich hat so ne stammiger wuchs also sie nimmt weniger schaden plus 20 verteidigung das ist doch geil das ist halt eben super wenn du halt eben was fighten willst oder so ja der einzige nachteil ist dass die halt eben bloß shadow ist was ist das für ein nachteil wenn das element schon klar aber ich muss es nur gut gegen neutral shadow kann leicht von drachen besiegt werden ist aber sehr gut gegen neutrale halt das hat noch den bonus dass sie wenn sie neutrale tötet krieg ich mehr loot von denen ja der nächste feind der kommt der brennt das ding an und wir sind sowas von deswegen stehe ich es ganz weit weg hier musst du auch was bauen weil du springen über die kante hier drüber ja ja oh krumm und schief und oh ja ich weiß nicht ob das ob das hier connecten kann ne also connecten geht nicht die dinger brauchst du halt eben einheitlich für dich selbst das siehst du da ist es doch wunderschön wie sie ist und dann und dann da Wieso steht hier nur ein Depressivo? So, Robin, wo bist denn du? Wenn du ein kleines Futter... Wo seid ihr? Ich bin hinter dir. Guck mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich hab das Tor offen gelassen. Hä? Wie das... Wieso ist er verbuggt? Na, jetzt war er voll geladen. Bei mir macht er gar nichts. Sollte sich... Kurz bevor er ins Ei geht, sieht man ihn. Na, ich sehe ihn hier die ganze Zeit rumstehen, aber er macht halt nichts. Na, er folgt mir halt eben gleich. Okay. Er ist mit irgendwas in Kamm. Oh, jetzt sehe ich einen Angreif. Ja, das was er machen soll. Das ist richtige Sklaverei. Okay. Yo. Ich bau mal Eisen ab. Ich bin jetzt los. Ja, er denkt sich wieder drauf. Lass ihn, dass sie wieder drauf. Hör auf Kamm. Hm. Dann komm jetzt hin. Dann komm hier. Dann komm hier hin. Dann komm hier hin. Dann komm hier hin. Ja, das ist gut. und jetzt aber ich hab nur zu klein das war's ich hab keine mehr schmeißt du mal was ich schlag noch einmal drauf kein schlag mehr die hat nur vier Leben naja na komm schon gib nach ja grüner endlich glückwunsch es ist fragil gut dass der Fallschaden hier nicht so hoch ist ja 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 ist so eine kühlbox neben den Ofen aufzustellen ist zu spielt keine Rolle wir müssten einfach nur gebaut haben ja ist ja klar ist schon klar aber das ist halt trotzdem wenn du deinen Chillix jetzt hier mit in die Basis reinsetzt dann kühlt dir die auch wirklich weil es momentan bringt es uns gar nichts weil es halt eben nicht aktiv ist achso ja ok ja gut die ist halt eben nur ein einfacheres Storage ich will diese Katze haben ja du kannst dir ja fangen gehen es gibt ein Level 23er Dungeon mit dir oh Zuckerwatte was da haben wir einen Frostfliegel zum Beispiel was der kann der kann's kühlen für uns alles klar ja was du dich doch auch aus aber Pinkane kann ja auch kühlen weil das Fies fleißig Depressor hat uns angegriffen oh nein wir werden untergehen das ist gut wir bleiben doch hier so du ist eine extra Betzoldung und komm so du ist eine extra Betzoldung Muaau Muaau Aber ich glaube ich mache es schon halb zwei. Ja. Reicht für heute. Oder nicht für heute, für gestern. Für gestern, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe nächste Woche, ich glaube ich Mittelschicht, das ist alles doof. Mittelschicht? Ja, da muss ich von 10 bis 17. Ah, wie toll, Old Polar. Ah, mal gucken. Ich werde eh nicht alles davon verwenden, was sie aufgenommen haben. Ich werde das dezent schneiden, weil jetzt die 10 Minuten, die ich rumstand und Stoff hergestellt habe, die muss ich niemandem zeigen. Naja. Wird einiges so sein, was halt im Grindy ist. Brauchst du eigentlich nicht zeigen. Ja. Aber hey. Das ist Weizensaat. Hm. Das ist Weizensaat. Das ist Weizensaat. Das ist Weizensaat. Hat einer Weizensaat schon? Ja. Irgendwo wurde ich eine reingelegt. Mal drei Stück. Ich brauch drei Stück, um das Feld zu bauen. Ich hab nur eine gefunden. Und wir brauchen einige Metallbauen. ... Das ist das Feld. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat schon wieder einen Magen geschwürt. Ich glaube, dem gefällt das Essen nicht. Der hat schon wieder einen Magen geschwürt. Der hat schon wieder einen Magen geschwürt. Ja, da ist Medizin. Ich habe Medizin hergestellt. Aber ich mache mich jetzt auch. Jo. 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 Jo.